Das Besondere in der Zusammenarbeit an der Normung ist für mich, dass Experten zu einem gewissen Themengebiet aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammenkommen. Also wir haben Herstellerfirmen mit in den Normungsgremien, wir haben Errichterfirmen, wir haben aber auch Endanwender von diesen Produkten, wir haben Experten von Behörden mit in diesen Arbeitskreisen und aus dieser ganzen Fachkompetenz kann ich natürlich für mich auch immer ein besonderes Fachwissen mitnehmen.